Willkommen bei Glocki Level 25 Und jetzt wird es tatsächlich durch diese 3D-Optik schon einigermaßen kompliziert. Also für die Person das Übliche auf jeden Fall. Nichts soll übereinander liegen. Ja, okay, dann. So, die hier dürfen natürlich nur diese Reihe verschwunden werden. Entschuldigt die dort. Und... Also... Und... Und... Fünf haben wir. Und dann noch vier Punkte. Und wir haben noch 6 Hüfte dabei. Aber... Und... Sie sind auch eingefallen. Sehr schön. Ja, wie gesagt, es wird keine Fliege her. Und... Das setze ich auch sofort.